So, aber passen Sie auf, Sie hatten ja Angst mit Ihrem Namen dazuzustehen, das wird jetzt wohl hier beim Observatorium stattfinden, jetzt können Sie doch mit Ihrem Namen dahinter stehen, so vielleicht so der Slogan, ein Kussi dank dem Knussi oder so. Ich sag mal, was soll der Blödsinn eigentlich, ich will ja nur meine Würstis verkaufen, ja ist doch noch besser, wie der will sein Würstchen verkaufen, wer hat sich den Slogan losgedacht. Ja natürlich ich wieder, wer denn sonst, Albert Breinstein. Albert Breinstein? Ja gut, ne, also ich würde jemand anderen suchen für die Namensgebung, ich bin ja nicht mehr sicher, ob Herr Breinstein oder wie sie heißen. Breinstein. Ja super, zwei Leute mitgenommen, keiner mehr da, dann fahr ich schon mal vor. Ja geil, bis gleich. Wir haben unsere Autos vertauscht. So, also, ne Frau stellt sich an, wenn ein Mann die, keine Ahnung, zufällig in Unterwäsche sieht. Da hab ich Mama vergeben, ne? Hat denn einer spioniert. Was ist jetzt der Unterschied, wenn man am Strand ist als Frau mit dem Bikini? Diese Frage gibt es schon seit Jahrzehnten. Ne, das ist doch ganz einfach, es ist ganz einfach, ja aber wo ist der Unterschied? Brein, erstmal fängt es an, dass ein Bikini blickdichter ist als die andere Unterwäsche, das ist Punkt eins und Punkt zwei ist, dass die Frau sich auch darauf eingestellt und vorbereitet hat und das ein anderer gesellschaftlicher Rahmen ist. Was machst du denn jetzt hier so auf Frauen verstehe, ich will die Antwort von der Frau hören. Ja, aber das ist die Antwort. Hat der Recht. Hat der Recht. Das ist genau wie mit Bikini und Unterwäsche. Davon geht's gerade. Hä? Das überlegen wir doch gerade. Ich meine aber, okay, ich hab noch was zugehört. Geh dich halt nicht sonnen. Ja, war geheim. Hä? In den geheimen Zweifeln, unter Frauen. Und Alex, oder was? Ja, das ist ja irgendwie, ja. Jetzt wissen wir, wer die Hosen anhat in der Beziehung. Rachel, hast du gerade gesagt, bist denn deine Frau? Nein, hab ich nicht. Doch! Ne, 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 das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Brein, du bist heute mein Mann, weißt du das? Echt? Okay. Ja. Gut, dann bist du meine Frau heute. Wisst ihr was? Ja, wenn man immer versetzt wird. Bitteschön. Weißt du, was ich krass finde? Darf ich mal offen sprechen, ohne dass du sauer bist? Och ne, dann jetzt bitte. Dann nicht. Okay. Okay, hau raus. Was? Es gibt viele Typen in dieser Stadt. Die Briley, äh, die Briley. Die Briley. Was? Ach ja, ich will keine Bombenbauter, wie das heißt. Briley klingt aber cool. Aber dafür knall ich dem eine. Was haben sie denn alle? Daniels, wo bist du? Jetzt fängst du von mir eine. Was? Was haben sie denn alle? Also, Alex lässt sich gleich ein, so wie der hier. Oh Gott, das ist die verrückte Frau. Wann ist du mal in der Graf? So. So, jetzt können wir gerne. Hein, wo ist deine Taschlampe? Halt die Klappe. Halt die Klappe. Sind alle sechs Tankschlampen von der Firma weg, oder was? Tankschlampen. Tankschlampen? Doch. Das hab ich euch aber auch verstanden. Ja, wenn sie nichts zu tun haben. Gut. Die haben jetzt nicht ernsthaft die Scheibe eingeschlagen. Wer hat die Scheibe eingeschlagen? Was ein Abend. Was war das für eine Lache, Alter? Na ja, Klatsch und Tratsch ist wichtig. Ja, hier wird mehr Tratsch und Klatsch, ne, Tratsch und Tratsch, wird hier mehr irgendwie nach außen getreten als beim Friseur. Ja. So. Wein für den Grafen. Wir fordern mal Wein für den Grafen. Mal Tag. Ist mal 69? 65. 64. 65. Was denn jetzt? Tag 69. Wir fordern mal Wein für den Grafen. Wein für den Grafen. Wir fordern Wein für den Grafen. Wir müssen zusammen, das ist blöd. Das ist nicht im Takt. Ja, wir bramieren uns. Wir bramieren uns. Komm. 1, 2, 3. Wein für den Grafen. Wir fordern Wein für den Grafen. Wein für den Grafen. Warum macht den keiner mit? Das ist ja peinlich hier. Wir fordern Wein für den Grafen. Hey, hey, hey. Wein für den Grafen. Da kommt der Hannes. Wein für den Grafen. Ich hab mich mal heute dafür nackig gemacht. Mann. Das ist echt ein ganz schöner Flop. Ich bin enttäuscht von uns. Ich glaub, wir werden rein. Ich glaub, wir gehen wieder, oder? Ich geh mal heute frei für dich in den Knast. No, tu ich gar nicht. Amiri. Amiri. Soll ich die Musik machen? Ja, mach Musik an. Soll ich? Daniels? Oh je. Oh je. Das wird teuer. Wieso? Wir haben nicht berührt. Nee. Wir haben nicht die Laterne berührt. Nein. Nein. Wir haben nicht die Laterne berührt. Oh. 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 Das war ein kurzer Auszug von unserem Grusel-Tour-Bust. Ich will auch. Kannst du gleich eine Buchen für mich schieben? Wollt ihr da mitkommen? Hey, definitiv. Ich habe das aufgehört. Es gibt nichts Schöneres als das Lachen eines Babys. Ausgenommen, es ist eine Uhr nachts und du bist alleine zu Hause. Kaufen Sie jetzt leckeren Falkenbergwein, die neue Winzerei, die Lohsantos. Der wird Verbrechungen. Oh, ey, ihr seid so Banane. Miss Rachel. Ja. Haben Sie keine Angst vor Monstern. Halten Sie aber lieber nach Ihnen Ausschau. Sehen Sie nach links, nach rechts, unter Ihr Bett, unter Ihren Schrank. Aber sehen Sie nicht nach oben. Sie hassen es, gesehen zu werden. Sie wollen doch, dass ich heute nicht mehr schlafen gehe, oder? Oh Gott, ey. Meine Tochter hörte nicht auf, die ganze Nacht hindurch zu schreien. Ich war schon an ihrem Grab und habe sie gebeten, aufzuhören. Aber sie hilft nicht. Ja, bitte. Das reicht. Also, also... Auf dem Gleis 9,3 Viertel, du weißt Bescheid. Ah, alles klar. Wollte gerade sagen, durch Materie kann ich leider noch nicht laufen. Doch, mit genug Anlaufschel. Oh nein, das Meerschweinchen ist schon wieder aufgebraucht. Nein, das ist ein Scheibenwäscher. Hat jemand kalt, wie ein Fett? Ja, wir hatten Deutschland überdiskutiert. Das könnte eventuell... Oh mein Gott, wie so ein Schwein. Achso, ich wollte das wieder untermalen. Ja, nein. Zurück ist das Meerschweinchen. Jetzt wird's so ein Volk im Lücken so. Mech. Mech. Wir haben gerade unsere Aureo. Jetzt hörst du ihn halt draußen tweeten. Erlöst es doch. Es leidet. Okay, das war beeindruckend. Oh, 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 oh. Hey, Kiki. Was? Du hast da eine Mücke. Du hast da eine Mücke. Kiki, eine Fliege. Das war ein richtiger Moskito. Oh, Kiki, es tut mir leid. Warum? Du hast da eine Fliege. Wegen der Fliege haust du zu? So eine Stechfliege. Es tut mir leid. Ich mach's wieder gut. Willst du eine Limo? Wenn sie kalt ist, ja, damit ich sie an meinen... Ich hab keine Limo dabei. Willst du ein Wasser? Ich geb dir mal eine Flasche Wasser. Die ist auf jeden Fall bestimmt kalt. Oh mein Gott. Es tut mir leid. Ja, ich sammle noch. 300 Dollar hab ich schon zusammen. Wem soll er heiraten? Seine Gitarre. Ich hab ihm gesagt, wenn er auf der Bühne vor allen anderen... Seiner Maus. Seine Gitarre. Was, eine Maus? Ja, das ist jetzt ein Insider. Alter, welche Maus? Warte, ich muss meinen Kontaktbuch durchsuchen. Scheiße, ich hab viele Mäuse. Heute nicht abgemeldet. Kamen die gestern nicht? Nö. Also nicht bei euch zumindest, wahrscheinlich. Ich auch. Nein. Echt? Ja. Oh, ich seh, ich freu. Oh, ich seh, ich hab hier. Oh, was schon ein Nachhinein gesehen, oi. Du bist so ein Penner, Brian. Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gesagt? Achso, du meintest das nicht mal so. Doch, eigentlich schon. Ja. Das war nur so versteckt verpackt, dass es keiner verstanden hat. Da war ja auch keiner da, sag ich. Ich kann's nachvollziehen. Ich glaub, ich würde so nicht handeln an deiner Stelle. Aber das ist voll legitim. Es ist dein Ding so, ne? Das ist ein Ding zwischen euch beiden. Und wenn du das für dich fein ist, ist es okay. Nein, von der anderen Sicht so, habt ihr eure Fronten da mal klar gemacht? Was soll ich klar machen? Naja, ich meine, wenn das so ein dockeres Ding zwischen euch ist, so wie du sagst, man hat mal was miteinander, dann... Hallo, Herr Pius. Hallo. Hallo, ich bin Caputo. Schönen guten Tag. Ich bin der Herr Daniels. Hallo. Möchtest du reinkommen auf eine Flasche Kaffee? Nee. Flasche Kaffee? Flasche Kaffee, wow. Flasche Kaffee. Ah, eine Flasche Kaffee. Äh, Tara. Nee, das ist jetzt auch schwierig. Schönen guten Tag, komm, so wieder rein. Die Flasche Kaffee würde ich gerne sehen. Guck mal, so wieder rein. Ja, alles klar. Wir fahren vor. Wir nehmen den Premium-Bahnplatz. Ich habe vorhin eine Tüte Gummibärchen geschenkt bekommen. Möchten Sie die haben, Miss Kiki? Also, also, da kann ich ja quasi fast nicht Nein sagen. Ich darf sie eh nicht essen. Die sind mit Gelantine. Ah, ich verstehe. Ja, mit Pektin wäre besser, ne? Genau. Oh, wir sind heute mein Retter, Peter. Bitte schön. Vielen Dank. Und bei den anderen Anwesenden ist alles okay. Ich habe mich mit Joghurt beklemmt. Noch die andere Kamera, oder? Der Hose war. Super. Alles okay bei dir? Ja. Und bei dir? Ja, ich habe ein Foto. Gut. Erstmal zur Überbrückung, weißt du? Mö. Oh, das sind gute Fotos. Oh, ho. Wie denn jetzt noch auf die Fresse bekommt, ey? Alter. Wie geil ist das denn? Du gehst dir an diese Satteltasche und ist eine Flasche Bier drin. Oh mein Gott, ey. Was zur Hölle? Weißt du, findest das Fahrrad wieder und da liegt einfach eine Bierflasche drin. Das habe bestimmt so ein Obdachloser geklaut. Ja, danke der Nachfrage. Kui, komm schnell, bitte. Was ist los? Wolltest du eine Diät machen, oder? Ich hasse dich. Oh. Das war's jetzt, oder was? Da, pack die Axt weg, bevor ich hier wieder... Das ist ein Hammer, Mann. Guck, guck, die kommen schon auf dich zu. Wie geht's? Oh, ich guck, guck, guck. Och, hätte ich nichts gesagt. Andi. Ja. Tschüss. Seltsame, Obel. Das ist Toni. Ja, ja. Der habe ich heute schon hingelernt. Der mag meine Hose. Mein Telefon klingelt. Hannes ruft an. Ja? Ey, Brian. Komm sofort zum Furskartell. Hier ist einer von Ventura. Ich stehe gerade unten. Ich bin sofort da. Ich habe kein Auto hier. Oh Gott. Oh Gott. Wer hat ein Auto? Ich nicht. Fiddy. 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 Oh. Ich lauf vor. Dek. Okay. Da könnt ihr euch dann eintragen. Da könnt ihr euch dann eintragen. Boah. Okay. Oh mein Gott. Oha. Oh. Holy shit, ey. Alles okay? Ja, ist denn alles gut? Dann habe ich den schocken. Scheiße. Boah, hast denn du jetzt hingeguckt, ey? Boah, dann war ich in den Gedanken. Oh mein Gott, ey. Du wolltest uns umbringen. Dann mache ich Pieks in Brust, weißt du? Die zuckt nicht und meint so. Oh, hui. Weißt du, man? Mach ich nichts und sie so. Oh, scheiße, Blatt. Oh, hui. Verstehe Mädchen nicht. Ach man, ich wollte Alex sagen, dass er das Moped hier von der Straße parken soll. Geht das nochmal rum? Sauber. War jetzt schon so ein bisschen Vorführeffekt, oder? Das sollte so sein, ne? Boah, ich habe es verstanden. Das war nur eine Frage. Also du kannst den Leuten das anders sagen, aber du kannst damit argumentieren. Oh Gott, ich habe mich gerade erschocken. Alex stand vor mir. Alter Schwede. Oh. Okay, ich bin fertig. Alles klar. Ja, okay, ciao. Bis dann. So, okay, also. Ja, wir haben ja gerade ein kleines Problem. Meckschweinchen ist wieder da. Was ist denn hier los? Was ist Meckschweinchen? Meerschweinchen. Meckschweinchen. So, Leute, was geht ab hier? Hä? Jetzt wäre noch so eine Spannungsmusik. Das ist aber sehr spannend hier. Okay. Es war klar. Es ist keine Spannungsmusik. Es war ziemlich klar. Es war der Herr, der was 20 Loves bei mir gekauft hat. Der Graf. Ja! Schuldenfrei. Schulden. Oh, Entschuldigung. Ja, ist auch so. Und weißt du, das war sowas, wo ich eigentlich echt dachte... Oh, nein. 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 Oh, nein. Oh, nein. Scheiße, Mann. Oh, fuck, Alter. Oh. Also, Brian, ich möchte dir ja nicht zu nahe treten, ne? Aber vielleicht solltest du mal mit deinem stellvertretenden Geschlechtsführer... Geschlechtsführer? Okay, mach ich. Geschlechtsführer. Wie, willst du nicht schon mal ins Bett gehen? Du bist ja fast so gut wie Alex letztens, wo er Taschenlampen sagen wollte und Tankschlampen gesagt hat. Ich geh, atme. Alles wird gut. Ich weiß, auch bei Paradise herrscht... Ich weiß, auch bei Paradise herrscht Kampf der Geschlechter, aber das wird schon. Du kriegst das hin. Tief einatmen. Ich geh mal. Treff dich, dann mach mit ihr... Pass auf, sag ich dir sofort. Gib mal ins Telefon. Mendes? Äh, nee, Daniels? Hallo? Alex, du arbeitest zu viel, hast du das Gefühl? Wein, da ist niemand dran am Telefon. Ja, dann ist es ja nicht so schlimm. Ja, ja, eben. Das Problem ist, hier, ja, wir sollten unternehmen... Oh, oh, oh. Wieso fallen denn heute, Alex? Was sind denn da jetzt schon wieder? Soll ich hoch helfen? Hallo, alles okay? Ja. Geht's Ihnen gut? Ja. Gut. Hi. Ah, da muss ich mir die Schuhe mal erstmal... Sekunde, ich guck mir das kurz an. Oh Gott, ist bei Ihnen alles okay? Alex, alles okay? Ich bin nur gestolpert. Äh, du... Hier, also ich... Ich mach das schon. Okay. Ich hätte sowieso... Hup, hup. Herr Telly, ich... Alles gut, ich hab mich gefangen. Ich hätte ihn sowieso rausgeworfen, der will ein Weingut hier öffnen. Ja, das geht gar nicht. Der möchte nicht Wein machen. Ich hab immer noch Hunger. Ryan, jetzt gib mir endlich was zu essen. Woh! Was denn? Passt doch. Hab ich gesehen, Leute. Ich mein, nicht Danny ist deine Schuld gewesen, rechts vor links, aber... Ja. Ja, aber vorausschauend fahren und so. Fahr vorausschauend. Ich hab gesehen, das passt. Rauch, die rufen sie einfach bei Paradise Entertainment an. Ja, irgendwie ist gerade schwierig mit dem Handynetz. Aber gut, alles klar. Vielen Dank, ja? Tschüss, schönen Abend. Tschau. Tschau, 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 tschau. Werbe auch Quarturen. Beat Dating. Danke, Alex. Oh, Alter. Schuhe. Alles gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist der Wagen manchmal. Der hat eine Waffe. Fahren Sie mal zur ACLS. Das ist ein Wagen. Dann rufe ich mir jetzt ein Taxi und hoffe, dass eins da ist und dann komme ich jetzt erst mal. Wenn nicht, schicke ich dir den Herrn Lombardi. Lombardi. Samboli. Ne. Lombardi. Was? Lombardi? Samboli? Okay. Ja, machen wir so. Alles klar. Ja, okay. Bis gleich. Bis gleich. Okay. Hätten wir vom Strand hier hoch latschen können. Was zur Hölle war das denn jetzt? Bleib doch mal ruhig, Brian. Ein bisschen Sport tut dir nicht schlecht. Tut dir nicht grün, ne? Du bist nicht schlecht. Scheiße. Tut dir nicht schlecht. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Nee. Hubert. Du weißt schon. Du weißt noch nicht. Du weißt auch nicht gefährlich. Ich bin jetzt schmeiß auf mir. Super zu sein. Hier. Hä? Ach ja. Schuh gab nie etwas los. Fuck. Scheiße. Scheiße, Mann. Ich rufe Polizei. Ist es dir gut? Ja, ich rufe Polizei. Oh fuck, Alter. Scheiße, ich bin so blöd zu wählen, zeig ich dir. Ach hallo, ich habe hier einen Irren. Einen Irren? Der ist hier gefahren gegen das Schild und will jetzt versuchen abhauen. Bist du dumm? Ja, Dispatch, was ist das? Ach okay, aber ich warte noch ein paar Sekunden. Da ist ein schwarzer Auto mit, ach was ist Kennzeichen? Bist du bescheuert? Jetzt sag dir mal was Sache ist, Mann. Äh, GS kann nicht so gut sehen. Warte. So, ich habe jetzt vier Liter getankt. Das ist auch. Mir wird auch ein bisschen was bekommen. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Dennis, ich hab vier Liter gepankt, ja? Ist das ein Diesel? Weiß ich nicht. Na, was geht's noch? Okay! Alex, das gibt Ärger. Was genau machen wir hier? Hürdenlauf. Ich kenn den Weg. Ah ja, du kennst den Weg. Auf jeden Fall, die hatte heute einen Autounfall. Also bei der läuft's richtig. Ach du Scheiße. Alex! Oh Gott! Alex! Wo ist er? Alex! Oha, ich wusste es geht schief, ich wusste es. Du bleibst hier oben. Alex! Alex, alles okay? Ja, ach doch! Alter, was macht ihr? Also ich behaupte, da kannst du nicht runterfallen. Wenn du das schaffst, dann solltest du unbedingt anfangen Lotto zu spielen. Okay, wir werden's bis... Oh Gott, wie soll ich denn... Mach langsam. Nein, ich hab's dir gesagt, wenn sie da runterfällt, dann soll sie Lotto spielen, weil das geht eigentlich gar nicht. Ich geh lieber mal hochgucken. Falls du fängst, ich fang dich. Falls du fängst, ich fang dich. Warte mal. Das stimmt doch nicht. Vorsicht! Gefällt mir nicht. Vorsicht! Kannst du mich bitte durchlassen, ich will wieder runter. Langsam. Ja. Ich bin jetzt sein Live-Coach. Mami. Ich werde schnell... Oh mein Gott! Alter! Ich hätte dich gefangen. Also... 50 Meter weiter ist Paradise Entertainment. Das weiß ich. Der wusste nicht mal, was das ist. Uff. Weißt du, anderthalb Monate hier kenn ich aber Paradise nicht. Nein, das ist nicht der Script Club. Was? Klingt aber so. Ich muss dringend über eine Namensänderung nachdenken. Nein! Ich lache nicht über dich. Wasabi. Ne, wie heißt du noch? Wasabi? Jetzt hast du ihn verarscht. Jetzt denke ich, du hast ihn verarscht. Oh wow. Wasabi Kohlrabi. Jetzt habe ich Mitleid. Wasabi. Wie hieß der nochmal? Rasnov? Ne, wie? Scheiße. Ich habe es vergessen. Entschuldigung. Wie heißt der nochmal? Wie Mary? Buchstabier es bitte. Das muss richtig drin stehen. Echt so. Krupp. Kann ich nicht einfach Graf zu Falkenberg schreiben? Nein, nein, nein. Der volle Name bitte. Ich schreibe jetzt als Kommentar super Beitrag. Krupp. Danke. Cool. Montgomery und dann was? Du bist immer noch bei Montgomery. So kann ich nicht arbeiten. Dann schick ihr den Namen doch per SMS. Falkenberg. Genau. Schick mir den Namen einfach per SMS. Nein, nein. Der besteht den vollen Namen. Ja, dann schick mir den. Graf Thaddeus. Ja, wie schreibt man denn Montgomery? Ich raste gleich aus. Und Halbach zu Falkenberg. Ich habe immer erst halb acht verstanden bei dem. Halb acht. Ist echt so. Der Graf, der auf halb acht. Ist das der Graf Hiddel von neun oder was? Ich habe den immer von und zu Lummerland genannt auch. Wie reicht's? Lummerland. Von und zu Lummerland. Von und zu Lummerland. Meinen sie, ich kann hier runterspringen? Ja. Hat Thaddeus auch schon mal gemacht. Ja. Wir sind Agents wieder. Oh Gott. Entschuldigung. Bein hier gestellt. Alles gut. Tut mir leid. Das ist voll ohne. Geht's? Alles okay? Wo wir wieder beim Thema sind. Kaum ist Brian irgendwo dabei, passiert was. Sie haben den Herrn Somali doch gestoßen. Nein, ich habe aus Versehen. Nein, ich meine den Herrn Somali. Was ist denn mit dir? Stefanie von LazyTown. Komm ran. Steht. Das ist deine Chance, Bro. Stefanie. Steht. Steht. Yo. Ding, ding, diddly, dong. Quatsch mit so, so sing ich, wenn ich tanze. Wenn ich dich sehe, würde ich am nächsten Betteln gegen deine Fratze. Du stehst hier rum. So wie ein abgecrackter Junkie im Rancho Park. Die Truppe steht im Kreis zum Battle. Das ist so, wie ich es mag, ja? Komm jetzt ran, Alter. Aber habe ich sie dann nicht auch gefrenzoned? Hallo, Daniel. Wie geht's dir? Weil ich will ja nichts von ihr. Ja. Also habe ich sie gefrenzoned. Also bedeutet, man hat jemand gefrenzoned, wenn man mit ihm befreundet ist, oder? Ja, und wenn eigentlich direkt klar ist, da wird nie was laufen. Ja, das ist ja klar. Dann habe ich Hayley auch gefrenzoned. Ja, dankeschön. Das baut mich jetzt nicht wirklich auf. Ach so. Nein! Wein, ich verstehe, dass du frustriert bist. Aber du musst nicht dein Auto kaputt machen. Ich hasse mich. Scheißkarre hier, ey. Mann. Ja, ich, äh, wo bist du denn jetzt? Ja, auch da, wo alle sind. Pass auf, weißt du, wer mich angerufen hat? Wer denn? Boah, hilf mich. Ich würde gerade was vom Krankenwagen überfahren, Alter. Ja, ich bin... Was denn? Was denn? Oh Gott, Alter. Äh, mich hat gerade die, die Morell angerufen und hat mir gesagt, ja, der Herr Braun, der Herr... Halleluja! 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 Tschüss! Alles klar, bis dann. Das war gut. Gracias. Was jetzt um. Okay. Auf die Plätze. Fertig! Frühstart! Los! Piss dich, Brian! Woah! Ah! 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 Alles gut? Geht? Oh! 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 Oh, ja, fucking Herz! Oh! Scheiße! Oh! Oh! Kannst du sprechen? Oh! Alles gut? Oh! 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 Bleib liegen, okay? Okay, kümmer dich! Die Leitstelle ist besetzt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! ist ja schon verdammt hoch würde ich mal sagen auch es geht also ich glaube nicht dass das gut ist der Herr Kubrick liegt im wasser und steht nicht mehr auf Kubrick du bist mir jetzt nicht ernsthaft in die Karre gefahren also bei mir ist alles ganz bei mir nicht was hast du ja du bist mir reingeknallt aber maximal mit drei km h nee doch nee doch hier ist ein stopp schild man das war nicht drei man das war was weiß ich wie schnell dann ist das ansichtssache ja 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 ja